Wir haben es fast geschafft! Autobots, kampfbereit machen! Das Decagon wieder einzunehmen wird nicht leicht! Der Weg ist frei. Ich ziehe weiter und flankiere die Necepticons im nördlichen Sektor. Hab Dank, mein alter Freund. Gute Jagd. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Decagon Plaza. Die Decagon Plaza. Schämpft euch die Treppen hoch! Gleich hinter mir! Du hast dich leider für die falsche Seite entschieden! Beeilung! Ich werde nicht den ganzen Tag so herumstehen! Danke, Ironhide! Optimus, das Kommunikationsnetz befindet sich oben auf dem Decagon. Wir müssen einen Aufzug finden! Du hast die Baupläne, Ratchet! Geh vor! Das ist die Safety Country! Das System werden umgeladen! Der Aufzug ist kaputt! Wir müssen einen anderen Weg finden! Genau, was ich bestellt habe! Der Aufzug! Makete voraus! Aufpassen! Blende Energie auf das System hoch! Wow! Hier ist es ja unglaublich! Da! Das ist das Hauptterminal des Kommunikationsnetzes. Wir können es reaktivieren, wenn wir die Datenströme anpassen. Glaube ich. Jedenfalls in der Theorie. So geht es nicht. Die Datenströme müssen zu den Sockets passen. Nexion. Das ist die Nicomache. So geht es nicht. Und? So ist die Datenströme, ich mache es, vor allem woher es bräuchte, und so. So ist die Datenströme. Die Datenströme sein, Das ist die Datenströme. Das war es nicht. Und so ist es nicht. und auft, Gut gemacht. Das Netz ist wieder online. Gehen wir zum Senderraum nach oben, um Ayakons Verteidigung wieder zu verbinden. Ach, der Aufzug ist defekt. Wie kommen wir dort hoch? Wir könnten auch die Energon-Projektilkondensatoren verwenden. Dauert vielleicht etwas länger, aber sollte klappen. Legen wir los. Dann können wir die Decepticons mit voller Kraft zurückschlafen. Die Decepticons mit voller Kraft. Waffen über links! Du wirst nicht mehr repariert. Bereit loszulegen! Das nenne ich projektiv! Vorsicht! Die Senderraum! Schnells! Waffen sind überhitzt! Waffen sind überhitzt! Das kommt sehr gelegen. Dann müssen wir losternassen! Doch, ich bin ready. In perpet numero gerade! Wobei Bi recruited! Das ist Winter. Jis-Dorie! Torqu- Der Aufzug ist da drüben. Bewegung! Erkobots geharrtet! Da drüben! Die Sentikons! Wann mal los! Die Sentikons! Die Sentikons! Die Sentikons! Der Kontrollraum am oberen Ende des Aufzugs! Perfekt! Dann können wir endlich draußen weiterkämpfen, oder? Auf jeden Fall, Bumblebee! Optimus, pass auf! Starscream ist zu deiner Position unterwegs! Wir wollten ihn aufhalten, aber Silverbolt und ich haben schwere Schäden erlitten! Bring dich in Sicherheit, Jetfire! Du hast schon mehr als genug getan! Autobots, seid auf der Hut! Starscream ist ebenso gefährlich wie verrättenisch! Ich brauche nur freies Schussfell! Die Soldaten ist da! Die Soldaten ist da! Wollt ihr euer wertvolles Netz wiederherstellen, Autobots? Wie jämmerlich! Du hast Verbrechen gegen Ayakon begangen, Starscream. Zeits, dass du dafür bezahlst. Oh, das glaube ich kaum, Optimus! Nicht? Ich leute dich aus! Autobots, zusammenbleiben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Glückstreffer! Jetzt bin ich aber wütend! Gewinn dich schon mal an Enttäuschungen, Starscream! So, so kann ich keinem helfen! So, so kann ich nicht! Dobbs, so können wir nicht! Wir sehen uns wieder, Autobots. Das ist ein Versprechen. Flieh, du geldlackierter Feindling! Gute Arbeit, Autobots. Lasst uns die Verteidigung der Stadt organisieren. An alle, die dies empfangen. Hier spricht Zeta Prime. Ich werde in Megatrons Kaon Gefängniskomplex gefangen gehalten. Prime ist intakt. Ratchet, verfolge das Signal und verstärke es. Bin dran. Lade wichtige Informationen, die den Autobots helfen könnten, den Krieg zu gewinnen. Beeilt euch. Ich weiß nicht, wie lange ich noch... Obdimus, wir müssen los! Wir müssen Zeta Prime retten! Das war nicht Zeta Prime, Optimus. Niemals. Die Nachricht trug seine einmalige Datensignatur, Ratchet. Möglich, aber wir beide haben gesehen, was Megatron ihm angetan hat. Das übersteht niemand. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass Zeta noch existiert, müssen wir handeln. Optimus, das ist eine Falle. Das musst du doch wissen. Das Risiko müssen wir eingehen. Halte durch, Zeta, mein Freund. Ich habe einen Plan. Ich bin in der Vibeяс Hollweg Hai. Schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Plan funktioniert viel zu gut und schon bald befinden sich die Autobots auf dem Weg nach Kaon, der Hauptstadt der Decepticons. Gefangene Transfer einladen! Zum Ruhm, Megabots! Bewegung, Autobots! Ich hoffe, du weißt, was du tust, Optimus. Hab Vertrauen, Bumblebee. Folge mir einfach. Optimus hat recht. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Wow! Wingatron hat eine kleine Armee zusammengestellt, oder? Ruhe! Datensignatur bestätigt. Öffne Haupttour. Willkommen in Kaon! Gehen, Ende! Nicht mehr in die Position! Ich sagte doch, ich kenne sie nicht! Ja, das ist der, der gegen Starscream gekippt hat. So hart sieht der gar nicht aus! Soundwave! Deine Gefangenen sind angekommen! Beginne Verarbeitung! Wir haben sie gefangen, als sie Vorräte außerhalb von Kaon plündern wollten! Bring sie zum Recycling! Bewegung, Gefangener! Recycling? Das klingt gar nicht so übel! Ach ja? Was meinst du, was dort recycelt wird? Los, hört's bald! Was für ein Idiot! Geduld! Unsere Zeit wird kommen! Was ist das für ein Ort? Ender Autobot! Oh, sind das Särge? Entschuldig! Er spart mir diese geheuchelte Gerechtigkeit! Er hat etwas von Gerechtigkeit gesagt! Was ist das? Die Energon-Brücke! Sie versorgt Megatrons Orbitalbasis! Halt! Laden! Zielen! Feuer! Du bist dein Autobot! An die Wand! Optimus? Das gehört alles zum Plan, oder? Laden! Optimus! Zielen! Vorsicht! Optimus! Anscheinend bin ich gerade rechtzeitig gekommen! Definitiv! Danke, Air Raid! Der Plan verläuft reibuslos! Indem wir uns haben gefangen nehmen lassen, haben wir Zugang zum Gefängnisherren! Und haben so eine viel bessere Chance, Zeta Prime zu retten! Du hast dir ganz schön Zeit gelassen, Air Raid! Ich mag dramatische Auftritte! Hier, ab in die Wartungsschächte! Sie sollten zu den unteren Gefängnisebenen führen! Dort wird Zeta wahrscheinlich festgehalten! Aufmachen! Geht! Das ist die Panzer! Viel Glück! Wir schießen uns den Weg frei! Da! Schnappt ihn! Ja, ja! Wo sind sie? Wo ist wer? Er hat verheiratet! Reck ihn zu Soundwave! Optimus! Wir müssen ihm helfen! Ruhig, Bumblebee. Momentan ist es ein zu großes Risiko, so unbewaffnet, wie wir sind. Aber ich verspreche, dass wir Air Raid so schnell wie möglich retten werden. Bewegung! Was ist das für ein Ort? Air Raid sagte, das wären Wartungstunnel. Alarm! Alarm! Autobot-Gefangene sind entkommen. Sofort das Feuer eröffnen!